Colin Becker ist ein englischer Schauspieler. Seine bekannteste Rolle ist der sechste Doktor in Doctor Who von 1984 bis 1986. Leben Colin Becker wurde geboren in London, doch seine Familie zog bald nach Rochdale. Er ging zur Schule im St. Bedies College in Manchester und studierte, um Anwalt zu werden. Mit 23 änderte er seinen Beruf und schrieb sich an bei der London Academy of Music and Dramatik Art. Colin heiratete die Schauspielerin Leise Goddard. 1983 starb sein Sohn Jack. Becker begann den Kampf gegen den plötzlichen Kindstod durch Sammeln von Spenden für die Foundation for a Study of Infanties und war deren Präsident von 1997 bis 2005. Becker ist derzeit verheiratet mit der Schauspielerin Marion White und lebt in Buckinghamshire mit vier Töchtern und vielen Tieren. Beruf 1972 spielte Colin Becker den Anatole Koragin in der BBC Serie Krieg und Frieden. Am bekanntesten war er in den 1970ern als böser Paul Merwani in The Brothers. In der letzten Episode von Fall of Eagles stellte Becker den deutschen Kronprinzen Wilhelm dar. Beckers erster Auftritt in Doctor Who war der Time Lord Commander Maxill in der Folge Ark of Infinity, wo er den fünften Doktor, gespielt von Peter Davison, niederschoss. Becker war bis dahin der einzige Doktor-Darsteller, der zuvor schon in der Serie mitgespielt hatte. Colin Becker ist nicht verwandt mit Tom Becker, dem vierten Doktor. Becker erschien als Doktor erstmals am Ende von The Caves of Androsany. Seine erste ganze Folge war Alle Twin Dilemma, Outfitmerkmal war seine extrem bunzäckige Kleidung. Während Becker den Doktor darstellte, gab es eine Serienpause von 18 Monaten. Der damalige Controller von BBC One, Michael Grade, kritisierte Doktor Who als zu gewalttätig und trivial. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern war der sechste Doktor nicht nur positiv, sondern hatte auch Wutan-Fälle, griff Feinde mit physischer Gewalt an und war extrem überheblich und eingebildet. Die letzte Folge mit dem sechsten Doktor war Alle Trial of a Time Lord. Nach dieser war die Zeit des sechsten Doktors nach nur elf Geschichten wieder zu Ende. Nach Doktor Who trat er meist im Theater auf. 2012 nahm er an der zwölften Staffel der britischen Fernsehshow I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, Teil, Filmografie, 1956, My Wife as Sister, 1970, No, That's Me Oferher, 1970, Roots to Freedom, 1971, Cousin Bitte, 1972, Krieg und Frieden, 1973, Herries Park in Town, 1974, Sturz der Adler, 1974 zu 1976, The Brothers, 1983 zu 1983, Dr. Who, 1992 zu 2014, The Stranger, 1993, Dr. Who, Dimensions in Time, 1993, The Assign Solution, 1994, Probe, 1997, 5 Freunde, 1997, The Knock, 1999, Die Hafenspielerin, 1999, Souls ALK, 2000, Travel Rise, 2000, The Asylum, 2002, Dr. Who, Realtime, 2005, Die Drei Musketiere, 2013, The Five Doctors Reboot, 2015, A Dozen Summers, 2015, A Christmas Karol.